So, dann heiße ich euch jetzt allerherzlichst Willkommen bei unserem kleinen Turnier der ersten Freistaatsschlacht in Pfiffelbach am 17.10. Ich bin definitiv schon übelst gespannt drauf, euch zu sehen. Ich habe jetzt auch schon mit einigen Leuten vorher so ein bisschen gesprochen und bisher eigentlich ein relativ positives Resümee bekommen. Das Ganze findet ja in dem Hotel statt in Pfiffelbach. Die Adresse findet ihr ja bei T3. Momentan sind wir tatsächlich 14 Leute, die fest zugesagt haben. Es sind also noch zwei Plätze frei. Sollten diese zwei Plätze noch belegt werden, dann werden die beiden Listen, die da noch kommen, natürlich nachgereicht werden. So habe ich jetzt heute aber erstmal die 14 Listen dabei. Die sind soweit da und die möchte ich euch heute gerne mal zeigen. Ich habe sie mir schon mal alle im Vornherein angeschaut, damit ich so ein bisschen was zu jeder Liste sagen kann und auch grundlegend mal so sagen kann, wo vielleicht die Stärken der Liste, die Schwächen der Liste liegen. Aber wie gesagt, das kommt dann halt auch immer auf den Spielstil an und auf die persönliche Meinung. Also, ich will da jetzt keine Liste schlecht reden. Ich habe auch jetzt keine Liste bisher gesehen, wo ich sage, oh, was hat denn der gemacht? Nee, die haben alle schon ihren Sinn und haben alle ihre Funktionen und ihre Kombinationsmöglichkeiten. Aber natürlich hat jede Liste auch einfach Möglichkeiten, um sie auszuschalten, wenn man diese Möglichkeit denn weiß. Und deswegen möchte ich euch natürlich heute vielleicht mal aufzeigen, wo da die Möglichkeiten liegen. Genau. Also, veranstaltet wird das Turnier von den East Lions. Zu denen gehöre ich tatsächlich nicht. Ist auch eine Spielervereinigung. Die hat so ein bisschen die Orga übernommen. Also, der Alexander, der hat da die Orga übernommen. Mit Raum organisieren, mit T3 alles einschalten und so ein Zeug. Und ich war eher so die spielerische Orga. Und ja, ich gehöre dann zu den Wildlachsen. Der zweite Verein aus Erfurt, der sich quasi jetzt, also der sich ein bisschen mehr um das Spielerische da gekümmert hat. Und wie gesagt, das jetzt mit den Listen hier und alles macht und auch die Battle Plans erstellt hat. Beziehungsweise noch fertig erstellt. Sie sind noch nicht alle zu 100% ausgereift. Aber bis Samstag sollte das alles kein Problem werden. Ja, der nächste Punkt ist eine ganz, ganz kurze Regelzusammenfassung, die ich euch einfach nochmal hier in dem Video geben möchte. Wir spielen natürlich drei Spiele mit 2000 Punkten. Fest eingereichte Listen. Das heißt, eure Listen sind nicht veränderbar zwischen den Spielen. Ihr bekommt eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten. Dazu sagen wir dann beim Turnier natürlich noch mehr. Ihr bekommt eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten für einen Sieg. Wenn ihr quasi euren Gegner in dem Battle Plan besiegt, bekommt ihr eine feste Anzahl. Sollte das Ganze unentschieden ausgehen, bekommen beide Spieler Punkte. So, dann bekommt ihr noch Punkte für Sekundär-Missionsziele. Die werden sich von Schlacht zu Schlacht ändern. Die findet ihr dann auch immer auf euren Battle Plans. Wir werden quasi so Zettel verteilen, die an jedem Tisch liegen. Dann sind dort vier Sekundäre-Missionsziele vorhanden. Und der Spieler, welcher nicht entscheiden darf, ob er das Spiel beginnt, also quasi derjenige, der mehr Drops hatte, der darf entscheiden, welches Sekundäre-Missionsziel gestrichen wird, so dass quasi drei Missionsziele aktiv sind. Manche können erst am Ende der Schlacht erfüllt werden, manche zwischendrin sofort. Und wenn das einfach passieren sollte, dann trägt man quasi seinen Namen ein. Sollte das zu einem gleichen Zeitpunkt passieren, zum Beispiel die Mission. Obwohl, sehr schwierig. Ich glaube, es gibt keine unserer Sekundär-Missionen, die man gleichzeitig... Nein, okay, das ist schwachsinnig. Obwohl, doch, natürlich, am Ende, eine Mission am Ende. Nehmen wir mal an, hier, du musst zwei Geländestücke besetzen und in Deckung dort stehen. Und beide Spieler schaffen das am Ende. Dann kriegen durchaus beide Spieler diesen Punkt. So. Aber nicht, dass das jetzt ein sekundäres Missionsziel ist. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, was quasi die Möglichkeit wäre. So. Auch dafür gibt es nochmal Punkte. Und dann machen wir ein ganz neues System. Als tertiäre Punktwertung bekommt ihr nochmal Punkte für Killpoints. Das bedeutet, ihr schreibt auf, wie viele Killpoints ihr erreicht habt. Nehmen wir mal an, Spieler X spielt gegen Spieler Y und Spieler X tötet 730 Punkte des Gegners, während Spieler Y 1210 Punkte des Gegners tötet. Dann schreibt ihr das auf, gebt den Battleplan am Ende des Spiels bei uns ab. Und wir rechnen eure Killpoints in Siegpunkte um. Das bedeutet natürlich nicht, dass der eine 700 Siegpunkte bekommt und der andere 1200 Punkte. Wir haben uns da ein System überlegt, wie wir das Ganze quasi nochmal runterbrechen können. So. Und sollten jetzt am Ende des Tages zwei Spieler trotzdem dieselbe Punktzahl haben, was schon sehr unwahrscheinlich ist, weil es ja wie gesagt drei Wertungssysteme gibt. Aber sollte das irgendwie vorhanden sein, dann zählen die effektiv direkt erledigten Killpoints als Entscheidung, wer vorne liegt. Ja. Ansonsten solltet ihr zu dem ganzen Regelsystem noch Fragen haben. Erstens, wir werden am Samstag nochmal kurz die Regeln durchgehen. Ein bisschen länger, glaube ich, als jetzt. Aber ansonsten könnt ihr mir auch gerne einfach nochmal eine Mail schreiben und nachfragen. Und dann werde ich da euch definitiv mit bestem Gewissen Ratschläge geben. Weiter geht's auf der Agenda. Und zwar wollen wir uns mal die Verteilung der großen Bündnisse anschauen. Und wir sehen schon, unser Turnier ist definitiv überladen von Order und Chaos. Wir haben tatsächlich sechs Order-Spieler am Start. Jetzt muss ich nachdenken. Das müsste zweimal Luminef sein. Das müsste zweimal Cities of Sigma sein. Das müsste einmal Karadron sein. Und einmal Stormcast. Genau. Dann haben wir Chaos fünfmal am Start. Also einmal weniger als Order. Und das teilt sich in drei Kornlisten tatsächlich. Einmal Zinch und einmal Beasts of Chaos. Die Dev-Listen werden beide von Orsaiac Bone Reapern-Spieler gestellt. Und bei Destruction haben wir einen Big War am Start. Joa. Das ist unsere heutige Verteilung. Die einzelne Auflistung der Fraktionen hätte ich natürlich auch nochmal machen können. Das wäre ganz angenehm gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Deswegen springen wir direkt weiter. Und schauen uns mal die Listen an. So. Ich habe die hier wunderschön schon eingefügt in einen einzelnen Ordner. Und diesen Ordner möchte ich dann ganz einfach euch über Dropbox zur Verfügung stellen. Sobald dieses Video online ist, habt ihr dann im Nachhinein die Möglichkeit. Sicherlich schicke ich euch irgendwo einen Link. Und dort werdet ihr dann die Möglichkeit haben, euch die ganzen Listen per Dropbox einfach runterzuziehen, auf eurem Handy zu speichern und am Turniertag jederzeit abzurufen. Wir beginnen beim lieben Adoras von Mini Paradise, müsste der Junge sein. Der spielt eine Cities of Sigma-Liste. Wir machen erstmal das Ganze hier auf 100%. Genau. Dann kann man es nämlich viel besser betrachten. So. Eine Cities of Sigma-Liste. Genau. Der spielt erstmal aus Güran und die Stadt Hammerhall. Hammerhall ist die zweischweifige Stadt, glaube ich. Also die mit... Die einmal in Güran und einmal in Akshi liegt. Ja. Was auch immer. Ich glaube aber, das hat auf seine Liste absolut keinen Einfluss, dass er Güran spielt. Der hat es einfach nur ausgewählt. In seiner Liste drin befinden sich erstmal drei Phönixe und eine Sorceress als Helden. Da sind zwei Flamespire-Phoenix und ein Frostheart-Phoenix. Den Frostheart-Phoenix dagegen habe ich tatsächlich schon einmal gespielt. Da war es noch nicht der Neue, der jetzt in den Cities-Buch ist, sondern der hat damals noch Grand Alliance Order gespielt, der den gespielt hat. Aber das ist echt ein ekelhaftes Vieh. Das ist ein richtig, richtig ekelhaftes Vieh. Also das kann man eigentlich bei diesen ganzen Phönixen sagen. Die hier beiden machen Tödliche bei jeder Bewegung über den Gegner drüber. Was schon ziemlich eklig ist. Und das, liebe Tierchen, hat eine Aura, die mir eins vom Verwunden abzieht, glaube ich. Das ist schon extrem ekelhaft. Jetzt habe ich mir natürlich noch rausgesucht, was denn überhaupt die Generalseigenschaften und das Artefakt macht. Weil tatsächlich habe ich das auch nicht gewusst. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das die meisten nicht wissen. Weil wenn man nicht gerade Cities of Sigma spielt, weiß man das vielleicht gar nicht so. Also grundlegend muss man erstmal sagen, dass er spielt ja 30 Phoenix Guard, nochmal 20 Phoenix Guard, 10 Dreadspears und 10 Shadow Warriors. Und die grundlegenden Fähigkeiten von Hammerhall sind, dass er zu Beginn der Heldenphase einen Würfel für jede Bannerträger-Einheit von Hammerhall werfen darf. Und für jede 6 gibt es einen CP. Ich meine, er hat nur die Phoenix Guard und die Dreadspears. Die Shadow Warriors müssten meiner Meinung nach keinen dabei haben. Da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Und bevor ich die Jungs jetzt hier in dem Buch suche... Ach, da habe ich sie. Okay, nein, die haben keinen, definitiv nicht. Also kann er quasi 3 Würfe werfen und für jede 6 gibt es nochmal einen CP dazu. So, und er muss, sofern er sich in seinem eigenen Territorium befindet, muss er keine Kampfschock-Tests machen. Genau. So, der hat als Common Trade für den Frostheart Phoenix, hat er das Blut der 12. Und das macht, dass er für Wundungswürfe von 1, für Attacken mit Nahkampfwaffen, von Hammerhall-Einheiten innerhalb von 12 Zoll um den General. Vollständig innerhalb von 12 Zoll um den General wiederholen darf. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Das ist schon echt nicht so schlecht. Und als Artefakt hat er dann noch den Zwillingsstein. Er darf das Ding in jeder Heldenphase einsetzen. Dann wählt er den Aspekt von Akshi oder von Güran. Bei Akshi darf er 1 zu Trefferwürfen für Hammerhall-Einheiten vollständig in 12 Zoll addieren. Und bei Güran darf er Einwürfe für jede Hammerhall-Einheit vollständig in 12 Zoll werfen und bei 4 plus W3 heilen. Das kann er dann entweder einsetzen, um seine Phönixe hochzuheilen und seine Sorceress oder er nutzt es quasi, um einfach besser zu treffen mit den ganzen Jungs. Zusätzlich hat er sich noch einen extra Comment-Point eingekauft. Ich muss erstmal so sagen, das ist eine echt ekelhafte Liste. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich sehe gerade, er hat für die Sorceress keinen Zauber ausgewählt. Da müssen wir den Guten nochmal fragen, weil theoretisch hätte er das hier machen müssen mit der Liste. Ansonsten würde das eigentlich jetzt, also wenn ich eine harte Orga wäre, würde das eigentlich bedeuten, dass die Sorceress quasi ohne einen Zauber ausgerüstet ist und quasi nur ihren eigenen Zauber kennt. Aber wir sagen einfach mal, der Gute darf sich noch einen Zauber auswählen. Da wollen wir ja jetzt mal nicht zu hart sein. Die Phönix Guard ist extrem standhaft. Auf die muss man definitiv da aufpassen, weil die macht gut Schaden. Ich glaube, zwei Attacken pro Modell müsste fast zwei Zoll Reichweite haben, weil ich denke, dass die mit so Helebaden angreifen. Ich glaube, die haben Helebaden und ein Schild. Ja, zwei Zoll Reichweite auf die drei, auf die drei, minus eins, eins. Und haben einen Vierer-Retter, also einen Vierer-Fiel-No-Pain. Und das ist schon extrem heftig. Die Jungs haben einen Vierer-Safe und nochmal einen Vierer-Retter. Also die sind definitiv nicht zu unterschätzen. Und man muss sich definitiv um die kümmern. Kampfschock-Tests müssen sie auch nicht machen, solange sie um die Phönixe stehen in zwölf Zoll. Also das sind echt ekelhafte Jungs. Ja, alles fällt in der Liste sehr wahrscheinlich aber trotzdem mit den Phönixen, weil er mit denen natürlich abnormal viel Schaden raushauen kann und will. Auf die muss man ganz besonders aufpassen. Auf den Frosthard-Phönix finde ich fast noch mehr als auf die anderen beiden. Und als zweites muss man dann natürlich die Phönix-Gardisten angehen. Nur man nimmt sich halt den Vorteil, dass die Jungs einen Kampfschock-Test machen müssen, wenn man die drei stehen lässt. Deswegen ist es fast da am ratenswertensten, wenn man die Möglichkeit hat, sich erst um diese drei hier zu kümmern. Würde ich auf jeden Fall sagen, ist für mich eine der Listen, die sich unter die Top 5 ansiedeln wird. So würde ich das auf jeden Fall einschätzen. Also wenn der weiß, was er da tut mit den Jungs, dann ist das definitiv eine Riesengefahr. Finde ich stark. So, danach haben wir den guten Afterlife-Kit. Und der spielt eine Liste mit Korn aus Shaish. Und der hat sich auf jeden Fall, wie man sieht, ein Breast des Spoilers eingekauft. Also, ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Egal. Das ist das Beastman-Battalion aus dem Beast of Chaos Buch, wo die ganzen Beastmen zu Korn-Beastmen werden. Also das Korn-Keyword kriegen. Ansonsten hat er dadurch drinnen einen Beast-Lot of Korn, 50 Gors, immer als 10er Trupps. Na gut, er will natürlich Blutpunkte sammeln. Sehr, sehr lecker also. Ein 30er Trupp Bestie-Gors. Und noch ein 3er Trupp Bull-Gors. Und ich glaube, es war, wenn die chargen, also das macht das Breast des Spoilers, ich glaube, also die kriegen Korn. Und ich glaube, wenn sie chargen, darf er irgendwie Trefferwölfe von 1 oder so wiederholen. Meine ich zumindest. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Als zweites hat er auf jeden Fall noch die Gore-Pilgrims drin. Und darin befinden sich die beiden Blood Reavers, der 5er Blood Warriors, 2 Slaughter-Priest, der Blood Secrator. Genau. Und die Fähigkeit ist, dass der Blood Secrator 8 Zoll auf die Reichweite von seiner Standartenfähigkeit bekommt, sofern er sich innerhalb von 8 Zoll um mindestens ein Slaughter-Priest aus dem Battalion befindet. Und zusätzlich drin ist noch ein Slaughter-Priest. Das heißt, es ist ein 3er-Drop. Ähm, genau. Als Blood Blessings hat er Bronzed Flash. Bronzed Flash macht, glaube ich, plus 1 auf den Save für die Einheit. Blood Sacrifice ist das Opfern. Da kannst du W3 Tödliche dir zufügen für einen Blutpunkt. Und Killing Frenzy macht, glaube ich, entweder plus 1 to hit oder Trefferwürfe von 1 wiederholen. 1 von beiden. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Und der Blood Secrator gibt, glaube ich, plus 1 auf die Attacks in normalerweise 16 Zoll und plus 8 also in 24 Zoll. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Man sieht auf jeden Fall, was er vorhat. Er möchte mit dem Bessigors, möchte er Schaden raushauen und mit dem Bulgors. Und der restliche Trupp soll einfach nur vorrennen, sterben und ihm Blutpunkte generieren, sodass er dann quasi was Schönes, Dickes beschwören kann oder halt seine Fähigkeiten auswählen darf. Dann hat er auch noch alle 3 Endless Spells beziehungsweise hier Blessings dabei von Khorne. Die Hex Gorgerskulls, die ich finde, einer der heftigsten, der heftigsten Spells überhaupt sind. Das Bleeding Icon, ich glaube, das macht Mut runter oder sowas und kann Tödliche machen. Und die Refx, die übelste Tödliche raushauen kann. 150 Wunden, das ist auf jeden Fall eine standhafte Liste. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, was die andere Liste an Wunden hatte. Können wir gleich nochmal nachschauen. Muss ich sagen, ist auch für mich eine Liste, die echt, echt weit vorne mitspielen kann. Wenn er weiß, was er damit tut. Ich bin gespannt. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Was haben wir hier an Wunden? Wunden, 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 Wunden. Wunden, 111. Okay, ein bisschen weniger. Aber 111 würde ich sagen, ist noch im Normalbereich. Big Bamboo! Den Jungen habe ich ja erst am Wochenende getroffen in Kassel. Der hat auf jeden Fall mir schon gesagt, der freut sich riesig auf das Turnier. Ich freue mich auch. Und er spielt hier diesen absolut ekelhaften Stormcast One Drop. Hui! Und das ist eine Liste, die ist echt gefährlich. Ich habe am Wochenende dagegen gespielt. Ich wurde gnadenlos niedergehauen. Ähm, ja. Was kann ich kurz dazu sagen? Der spielt hier drei Battalions und zwei Battalions davon, ähm, vereinigen sich dann in einem großen Battalion. So, die Fähigkeiten grundlegend sind, ähm, wenn man ihn angreift und er ist irgendwie in der Nähe der Äther Wings, müssen wir sechsen wiederholen dagegen. Oder war es, dass die Äther Wings bei uns sind und dann darf er eins wiederholen. also irgendwie sowas. Er darf auf jeden Fall eins wiederholen und wir müssen gegen ihn sechsen wiederholen. Das macht auf jeden Fall das Battalion. Und das Battalion macht außerdem, dass er mit diesen drei dicken Jungs hier eine Attacke mehr bekommt pro Modell. Und das bedeutet, dass hier nicht neun Vanguard Raptors stehen, sondern effektiv mal 18. Und 18 Stück, die durch Anvils auf der Heldenhammer theoretisch in der Heldenphase schießen dürfen, ist mal übelst ekelhaft. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern, das ist der Luckstone, da darf er einmal im Spiel für seinen Knight Venator, das ist dieser geflügelte Held mit Bogen, darf er einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen. Spellshield war, glaube ich, er darf Bann einmal. Der Knight Asyros ist auf jeden Fall der Typ mit der Laterne und dem Schwert und den Flügeln, der tingelt vorne rum, der hat eine 10 Zoll Aura, wenn meine Jungs drinstehen, darf er dagegen Treffer von 1 wiederholen. Und das Teil, der Lord Aquilor, das ist dieser Typ auf dem Griff Charger, der quasi mit zu diesem Vanguard Chapter gehört. Und ja, der war am Samstag gar nicht so aktiv. der hat auf jeden Fall hier mit seinem Windrunner darf er, glaube ich, einen Würfel mehr werfen, wenn sie sich bewegen. Und die Palladors dürfen, glaube ich, neun Würfel werfen, wenn sie sich bewegen, über ihre Fähigkeit. Also da darfst du, du darfst dich jede Runde quasi, anstatt normal zu bewegen, darfst du einfach neun Würfel werfen und diese Zahl an Dings darfst du dich dann bewegen, darfst danach aber nicht mehr chargen, dürftest aber noch schießen, wodurch die Jungs direkt auf drei Zoll an meinen Luminev dran standen und echt ekelhafte Viecher waren. Ja, was gilt es bei dieser Liste zu beachten? Also grundlegend nimmt man der Liste super, super viel Schaden raus, wenn man hier diese neuen Jungs irgendwie runterkriegt. Das ist definitiv das Herzstück der Liste und danach muss man die drei Helden angehen, weil die genauso ekelhaft sind. Welche man relativ gut ignorieren kann, sind die Jungs, die machen auch ihren Schaden, sind aber nicht so bedrohlich. Die Typen sollte man eigentlich auch versuchen, so schnell wie möglich wegzukriegen, weil ihm dann der Buff löten geht von denen. Und der Lord Aquilor, ja, der ist, er ist am Start, aber ich glaube tatsächlich, dass auch der nicht die Gefahr ausmacht. Also wie gesagt, definitiv, die Vanguard rippt das. Es ist ein One-Drop, das heißt, er entscheidet immer, wer beginnt, muss man gut drauf achten, ist eine ganz schwierige Liste zu handhaben und würde ich aus meinem Bauch raus tatsächlich auf Rang eins setzen vom Turnier. Es sind nur 103 Wunden, aber wenn man nicht weiß, wie man diese Liste hier handeln kann, dann ist das echt ekelhaft. Und er schießt einem jede Runde gut war's weg. So, weiter geht's. Big Bamboo, starke Liste. Ich bin, ich bin absolut gespannt und ich hoffe, wir beide haben das Vergnügen, weil ich möchte gegen die Liste definitiv am liebsten noch mal ran. Obwohl, eigentlich, eigentlich möchte ich nicht noch mal ran, weil ich das Ergebnis sehr gut nachvollziehen kann. Gut, Crazy Chris, auch du warst am Samstag, du bist sogar mit uns angereist. Deine Liste ist eine Beast of Chaos Liste und du spielst auf jeden Fall die Brut Gave Spawn. Das ist die mit den Chaos Spawns, die quasi aus Helden herausplatzen, wenn sie sterben und dann kann er für einen CP irgendwie Fähigkeiten aktivieren, dass um seine Chaos Spawns drumherum seine Einheiten besser werden. Der spielt auf jeden Fall erstmal schlappe 60 Besti-Gors immer in 10er-Blöcken. Das ist auf jeden Fall schon mal eine starke Sache. Noch 10 Gors und 10 Ungors. Dann hat er 20 Centigors noch dabei, also die Reiter. Ja, was heißt Reiter? Das sind ja Centauren. 10 Ungor Raiders, einen Chaos Spawn und zwei Mindstealer Sphyrins, also diese Warcry Kätzchen. Und die sind als Allies dran. Okay. Und er hat das Battalion Phantasmagoria of Fate am Start. Das gibt seinen Jungs allen das Zinch-Keyword. Da sind glaube ich alle drin, außer hier die drei. Das heißt, es ist ein Vierer-Drop, wenn ich das so richtig rechnen kann. Und ich glaube, es macht, dass er bannen kann mit jeder Einheit. Ich denke, ich denke, das war's. Und ein extra CP hat er auch noch dabei. 165 Wunden, das ist definitiv auch eine absolut ekelhafte Liste, weil das ist ein Haufen Fleisch, wobei sich jeder Kornspieler jetzt hier wünscht, dagegen zu spielen, weil das sind so viele Blutpunkte, die da rumflitzen. Das ist ein Haufen Fleisch, gegen den du hier spielen musst. Und das ist einfach nur anstrengend, glaube ich. Also ich glaube, der Schaden kommt hier wirklich nicht raus, aber er hat absolut viel auf dem Feld stehen und möchte jedes Ziel so lange wie möglich halten und es ist einfach nur ein Krampf gegen das alles vorzugehen. Und er ist ab Runde 3 im Endeffekt oder ab Runde 4 auf jeden Fall ist er durch den Hearthstone eigentlich auch Battleshock sicher über einen großen Teil des Spielfeldes. Das ist schon echt ekelhaft. Das ist schon definitiv echt ekelhaft. Wer die Mindstealers Fireings nicht kennt, die macht das alles innerhalb von 10 oder 12 Zoll um die Jungs am Ende der Nahkampfphase zuschlägt. Und das ist auch nicht so schön. Junge, Junge, Junge. Ich bin gespannt, aber auch die Liste, wenn er weiß, wie er damit umgehen kann, kann die mit vorne mitspielen. Nicht schlecht. El Superbisto. So, da haben wir auf jeden Fall unsere einzige Org-Liste. Ach, er spielt gar nicht Big War, er spielt Iron Jaws. Okay. Er hat drin eine Gore-Fist und eine Art-Fist. In der Art-Fist sind sicherlich die Art-Boys und der Art-Fist War-Gender und in der Gore-Fist sind dann die Gore-Grunters und ein War-Gender bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall ein Dreier- oder Vierer-Drop. Eins von beiden. Ja, was kann man denn hier so sehen? Also, grundlegend, die Gore-Fist macht, er darf die tödlichen Würfe meiner Meinung nach wiederholen, wenn er chargt mit seinen Jungs. Also, die Schweine machen auf die Vier-Plus tödliche und entweder machen sie dann die tödlichen auf die Zwei-Plus oder er darf den Würfelwurf wiederholen. Das heißt, er möchte definitiv die ganze Zeit reinrennen in den Gegner und tödliche rausknallen. Ekelhaft. Und die Art-Fist macht, dass er jedes Mal, wenn eine Art-Boy-Einheit stirbt, ein Würfelchen werfen darf und auf einer 5-Plus darf die Einheit von der Seite wieder reinkommen. Aber es kostet ihn CP und der Junge muss noch am Leben sein. Der hier. Und so würde ich tatsächlich auch die Liste sehen. Ihr müsst aufpassen, er möchte auf jeden Fall in Runde 1 oder wann auch immer, möchte er mit einem Watchhunter auf einen Gorg-Runter-Trupp trommeln und sie dann hinterporten mit The Great Big Green Hand of Gorg. Das ist auf jeden Fall eine Taktik, die sehr sehr beliebt ist bei Iron-Jaw-Spielern, die nutze ich auch selber relativ gerne. In Runde 1 wird er noch um 1 schlechter getroffen durch Iron-Suns. Ja, also kann gut funktionieren, das Everspring-Diadem, das ist das aus Göran, was ihm jede Runde ein Leben heilt, dem Watchhunter, aber grundlegend sollte trotzdem der Watchhunter und der Watchhunter hier euer Ziel Nummer 1 sein und danach kann man den ganzen Rest angehen. Die haben eine dicke Rüstung, die haben viele Leben, der läuft hier mit 153 Wunden rum, der hält auf jeden Fall eine ganze ganze Menge aus, aber ich glaube tatsächlich fällt diese Liste mit den Watchhuntern, weil wenn die weg sind, wenn die weg sind, ist das glaube ich handelbar. Und Dead Cunning, das ist sein Commentrate, macht, dass er jede Runde einmal kostenlos mächtiger Zerstörer einsetzen kann, das heißt er darf in seiner Heldenphase sich bewegen, chargen oder zuschlagen. Gut, El Superbisto, auch eine starke Liste, muss ich sagen. So, Frumpel, Frumpel hat die Caradron Overlords am Start mit Barak Zilfin. So, da hat er erstmal einen Endrin Master im Suit, einen Chemisten und einen Navigator und einen Gyrocopter als Massenvernichtung mit der Dampfkanone vorne dran. Zehn Argonauten, sechs Wardens, sechs Endrin Riggers, Thundras, Gunhawler und Gunhawler, eine Ironclad und den Gruntstock Escort Wing. Im Gruntstock Escort Wing sind meiner Meinung nach die Ironclad, die beiden Gunhawler, die Skywardens und das müsste es gewesen sein, das heißt, es ist ein 1, 2, 3, 3, 4, 5er Drop. 5er Drop, denn ich glaube, die Sunrise sind noch mit drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Buch hier liegen und ich hatte die Seite mir vorhin sogar schon mal aufgeschlagen und hatte schon mal nachgeschaut. Ein 5er oder ein 6er müsste es sein, bin ich mir relativ sicher. Also man darf auf jeden Fall meistens dagegen versuchen zu beginnen. so, da drinne sind die Gunhawler, die Ironclad, die Thundras und die Skywardens. Okay, also ist es noch ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er Drop. Ein 7er Drop und den Warp Lightning Vortex, das ist dieser Endless Spell von den Ratten und den hat er einfach mitgenommen mit Spell in der Bottle. Ja, 102 Wunden, das Bataillon macht, er darf zu Beginn der Fernkampfphase eine Einheit wählen und gegen diese Einheit darf er Treffwürfe von 1 mit allen Modellen des Bataillons wiederholen. Quasi darf sein Ziel auf ein, er darf auf ein Ziel einen Fokus setzen. Ja, finde ich, ist auf jeden Fall auch wieder eine Liste, die definitiv Potenzial hat, muss man gucken, wie er damit umzugehen weiß. Er hat nur 102 Wunden, Karadron haben ein immenses Problem damit, Ziele einzunehmen und Ziele zu halten. Ist spannend, aber wenn er das gut spielen kann, schießt er einem so viel kaputt, dass man selber einfach keine Ziele mehr halten kann. Ich bin definitiv gespannt. So, die Juckbox ist noch am Start und da haben wir eine Mortis Pretoriana Rüstung. Jetzt sehe ich erst seinen Namen, die er sich gegeben hat. Oh, sehr ein Flüss. Mit Mörderhart, Morteckbart, Morteckzart. Okay. Und einfach nur Stalkers. Das ist auf jeden Fall eine Oziak Bone Reapers Liste mit einem Arkhan, einem Katagross, 60 Morteckgard und einmal sechs Stalkers. 115 Wunden, aber das sind wirklich 115 extrem stark aushaltende Wunden. Also man muss eine Menge investieren, um gegen diese Armee irgendwie Schaden auszurichten, weil sie einfach so widerstandsfähig ist. Die hält einfach nur durch und aus und das ist extrem nervig. Ich habe dagegen schon gespielt, gegen eine ähnliche Liste. Ist nicht schön, sie muss ja auch nie Battleshock machen und die Jungs holen jede Runde sechs Idioten von jeder Einheit wieder. Was definitiv hier das Herzstück der Armee ist, sind diese beiden Dudes. Kriegt man die irgendwie rausgenommen, ist die ganze Liste im Endeffekt draußen. Also da kommt zwar immer noch Schaden rum und das ist auch schön, aber das sind definitiv die beiden Jungs, die das ganze Spiel hier entscheiden, weil die Fähigkeiten, die sie haben, einfach so stark sind, aber wenn man die beiden wegkriegt, hat man immensen Vorteil gegen die Liste und kann dagegen auch was ein unternehmen. Die Stalkers machen natürlich auch ihren Schaden, aber ja, ich bin immer nicht so der Fan von denen. So, Matsche, da haben wir unsere Zinch-Liste, das ist ein Zweier-Drop, ja, ein Zweier-Drop, ein Change-Host und der Fade-Master noch als einzelner Drop. Die ganze Armee dreht sich im Endeffekt darum, er darf jede Runde eine Einheit wählen, um sie zu supporten. Zinch ist ja immer noch absolut schroff, was ich tatsächlich an der Liste nicht so verstehe, ist die Burning Chariot, aber sicherlich hat er die einfach mitgenommen, weil er noch die 50 Punkte mehr übrig hatte. Von den 77 Wunden sollte man sich nicht irgendwie verwirren lassen, denn die Pink Horrors sind hier nur mit 20 Wunden angegeben, dadurch, dass die Jungs aber aufplatzen können, haben die nochmal gute 80 Wunden mehr und dann läuft die mit 157 Wunden rum, das ist schon eklig. Stehen und Fallen tut diese Liste mit dem Lord of Change und dem Fade Master. Der Fade Master darf nämlich um sich rum Trefferwürfe wiederholen lassen und der Lord of Change ist die einzige Möglichkeit, wie er jede Runde porten kann. Tipp an euch, passt auf auf die Reichweite von den Jungs. Die bewegen sich 9 Zoll, also diese Typen bewegen sich 9 Zoll und schießen nochmal 18 Zoll. Das sind 27 Zoll Gefahrenzone. Wenn ihr euch da draußen aufhaltet, muss er porten mit den Jungs. Vor der Chariot weg zu kommen wird schwierig, weil die bewegt sich dafür einfach viel zu schnell, hat aber auch nur vergleichsweise moderaten Schaden. Ich bin wirklich kein Freund von der. Die macht zwar denselben Schaden wie so ein Exalted Flamer, aber ist noch irgendwie handelbar. Und die Pink Horror, ja, rennt nicht hinein mit eurem Schlüsseltrupp. Haut sie mit irgendwas anderem raus. Und passt auf, dass ihr keine Einsen als Destiny Dice hat, um die Jungs wieder zu holen, weil dann wären es noch mehr. Deswegen die beiden sind definitiv die wichtigsten und er kann mit gefaltener Realität, also seinem Zauber darf er auch noch Jungs wieder hinstellen. Bei einer Eins ist aber die ganze Einheit vernichtet. Kann richtig richtig gut sein, kann aber auch richtig richtig Schrott sein. Ansonsten das Artefakt vom Load of Change gibt ihm noch plus 1 2 Wound. Um ihn drumrum ist so eine Bubble und die Coruscating Flames geben ihm minus 1 2 Hit im Fernkampf meiner Meinung nach. Nicht nur ihm, sondern auch noch eine Aura sein. So, ist auf jeden Fall auch eine super starke Liste, muss man gut drauf aufpassen, die kann echt auch ekelhaft sein. So, dann kommen wir zu unserer ersten Lumine Friendlords Liste. Aus Güran mit der Nation Zeitrek Macht, er kriegt plus 1 auf Zaubern für den ersten Zauber mit jedem Helden und plus 1 auf Bannen und Auflösen natürlich auch und er hat, also alle kennen einen zusätzlichen Zauber und alle dürfen sich auch noch einen weiteren Zauber aus der Lehre aussuchen. Die konnte er aber hier gar nicht angeben, weshalb ich Zauber sagt die quasi die er ausgewählt hat. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Auralan Legion, die beinhaltet die Jungs und die hier, die Katala und die macht, dass er Schutzwürfe von 1 wiederholen darf, solange sich eine Einheit innerhalb von 3 Zoll um eine andere Einheit des Battalions befinden darf. Hui, 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 das ist echt nicht schlecht, das ist, finde ich, eine verdammt starke Fähigkeit, weshalb in meiner Liste genau dasselbe Battalion zu finden sein wird. Weiterhin hat er noch dabei eine namenhafte Kuh, eine zweite Kuh und einen Kuhzauberer. Okay, ich bin mir nicht so sicher, warum er die mitnimmt, weil tatsächlich finde ich die nur in Kombination also gerade ihn finde ich dann nur in Kombination mit den Steinelfen cool, aber er wird sich was dabei gedacht haben, passt auf die Sentinels auf, 30 Zoll Schussreichweite ist extrem eklig und auf die 5 plus tödliche raushauen ist auch extrem eklig, die sind definitiv nicht zu unterschätzen und die können jede Runde deren Helden rausnehmen, also nicht unbedingt 10, aber so 20 und die Kadala macht natürlich, dass er einfach keine Battleshocks machen muss, sondern die Battleshocks umleiten kann, oder zumindest einen jede Runde, das heißt, wenn die Kadala raus ist, nehmt ihr ihm auch wieder einen riesen Vorteil, so, finde ich auf jeden Fall auch eine gute, gute ausgewogene Liste, Pac-Man, Pac-Man Hammer Korn und der spielt das Slaughterhorst aus dem Archaons Zornbuch und damit habe ich mich tatsächlich noch nie befasst, weil ich Korn bis vor kurzem auch noch nie gespielt habe, das sind die die Gehäuteten, genau, so, und die machen erstmal, wenn am Ende der Nahkampfphase ein oder mehrere Helden oder Monster durch Attacken einer befreundeten sterblichen Einheit, er spielt, glaube ich, nur sterbliche, meine ich, äh, ja, er spielt nur sterbliche, ähm, in dieser Phase getötet worden, addierst du bis zum Ende eins zu Schutzwürfen, bis zum Ende der Schlacht eins zu Schutzwürfen für Attacken gegen diese Einheit. Junge, 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 das heißt, wenn eine Einheit hier was tötet, kriegen die plus eins auf ihren Safe und werden damit noch widerstandsfähiger. Korn ist ja jetzt nicht unbedingt nicht widerstandsfähig. So, der General macht, dass er Gebetswürfe von eins um den General drumrum wiederholen darf. Er ist General und er hat zwei Priester dabei, innerhalb von acht Zoll, nicht schlecht. Und der schlechte Helm macht plus zwei zum Charge für den Jungen. Das hat auch der Mighty Lord. Okay, dann hat er natürlich hier wieder Trefferwürfe, plus eins oder wiederholen, bin ich mir, wie gesagt, immer noch nicht sicher und Opfern für Blutpunkte und ansonsten natürlich ganz viele Trupps, die sterben können und ihm Punkte generieren. Aufpassen müsst ihr hier definitiv auf die Skull Reapers, weil ich finde, das ist eine der stärksten Einheiten überhaupt, die macht so immensen Schaden, das ist echt eklig. Und natürlich die ganzen Helden, die machen auch ihren Job. Also definitiv keine schlechte Liste, absolut eklig, auch hier sind wieder die Hex-Gorga-Skulls am Start und auch die Ref-Ax. Ich bin gespannt, 156 Wunden haut mal nicht mal in einer Runde weg. Ist für mich auch eine Liste, die definitiv oben mitspielen kann, wenn er weiß, was er damit tut. Dann kommen wir zu meiner Liste vom Porzellino, die wilden Elfchen. Ich spiele eine Luminef Realm Lords Liste aus Jahr, das bedeutet, meine Jungs bekommen zwei Äther Quarts am Anfang. Ich habe den guten Taglist drin, ich habe zwei Katalat drin, wovon einer der General ist, zwei 10er-Trupps Wardens und zwei 20er-Trupps Sentinels, sofern ich die bis Samstag gebaut bekomme. Ich hoffe es einfach. Also mir fehlen noch 20. Und auch eine Auralan Legion und drei Endless Spells, die Twin Stones, das Spellportal und die Prismatic Palisade. Ja, Herzstück meiner Armee denkt man meistens ist der Teglis, der macht auch eigentlich immer seinen Job, ist sehr, sehr stark. Wer Teglis nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall sein Profil vorher an, der ist schon nicht schlecht. Aber ich muss sagen, Matchwinner in meinen Spielen waren eigentlich immer die Katalats, welche quasi mein Gegner haben die Battleshocks machen lassen für mich und den Mut runter gesetzt haben. Extrem ekelhaft, extrem stark und wie gesagt, die Sentinels sind einfach nur der Brecher. Allerdings 86 Wunden ist nicht allzu viel. Gut. Seven Green, das ist die dritte Kornliste. So, und da haben wir den Slaughterherr Spellful Lords, das ist auch aus dem Archaons Zornbuch, das ist quasi die Dämonenliste dazu und da darf er fünf große Tierchen spielen, also fünf Bloodthirster oder Behemoths. Er hat die Fähigkeit, dass die Jungs dürfen rennen und chargen zusätzlich, also die Bloodthirsters, wobei Skabrand in dem Fall auch als Bloodthirster zählt, weil er das Keyword Bloodthirster hat. Genau. Und er bekommt plus eins zum Charge innerhalb von acht Zoll um den General, das ist der Wrath of Corn Bloodthirster, für alle Bloodthirsters. Das heißt, die wollen definitiv nach vorne, die wollen in den Nahkampf und die wollen böse böse drauf dreschen. Das heißt, man muss die definitiv auch vorher aufhalten, weil ansonsten stehen die ganz, ganz schnell direkt in der Fresse von einem. Und die Tyrants of Blood haben nämlich noch die Fähigkeit, wenn er einen Bloodthirster aktiviert, darf er sofort einen zweiten Bloodthirster daneben aktivieren. Das heißt, man sollte bevor die ankommen, mindestens einen Bloodthirster schon mal ausgeschaltet haben. Und am besten noch den, weil der Junge ihnen Plus Eins auf den Charge noch gibt. So, und der, der, das Artefakt Black Breast Crown macht auch noch Plus Eins auf den Save von dem Jungen. Das heißt, der läuft auch noch mit dem Dreier rum. Und Skabrand ist natürlich sowieso ein absoluter Brecher. Also eine Liste, die ich auch ganz weit vorne mitspielen sehe, die den übelsten Schaden raushauen kann und nebenher auch noch schön Punkte generiert über den Slaughter Priest und die Blood Reavers ein bisschen bannen zu dürfen. Ist eine Liste mit 106 Wunden. Die Bloodthirster sind definitiv hier der Punkt, der gefährlich ist. Wenn man die gut raus kriegt oder gut handeln kann, ist das machbar. Ansonsten sehr schwierig. Sehr schwierige Liste. Sergeant Wobbles, der spielt eine Hammer Alien Lanzers Liste. Darin befindet sich ganzen Demigriff Einheiten und die Fähigkeit davon ist, dass er Plus Eins auf Hit und Wound bekommt mit den Demigriffs, wenn sie sich in 18 Zoll um den General auf Griffen befinden. Dazu hat er noch einen Hurricanum und Knight Asyros und die Chronomatic Cox, um noch ein bisschen schneller sicherlich zu werden. Das ist auch auf jeden Fall eine Liste, die super gefährlich ist. Man muss sich schnell um die Jungs kümmern, weil ansonsten die Helden relativ überschaubaren Schaden machen. Kriegt man die gut gehandelt und kriegt man die schnell raus, dann ist das Herzstück der Armee weg. Es sind nur 110 Wunden, sollte man gut hinkriegen oder natürlich man hat einfach einen 20er Block Pink Horrors, welche vorne schön stehen und in die er erst mal rein rennen muss. Dann ist das natürlich auch wieder so eine Sache. Da kann man auch erstmal gut mit händeln. So, finde ich aber trotzdem keine schlechte Liste. Und noch eine letzte Osiac Bone Reapers Liste. Auch wieder Katakross dabei, aber diesmal noch ein Soul Mason und ein Bone Shaper. 10 Mortex, 10 Mortex und 40 Mortex, einen Harvester, der die Mortex quasi zurückholen kann und einen Crawler. Und dazu noch bevor ich das Video anschaue, wollte ich mir noch unbedingt gucken, was dieses Battalion macht. Ich habe es leider vergessen, aber dann mache ich das jetzt hier ganz schnell live. Das war nicht so schön. Denn das weiß ich tatsächlich selber nicht, was das macht. Aber ich glaube auf jeden Fall, es ist nichts schlechtes. Er müsste er spielt die Krematorianer. Okay, die Explodierenden. Okay. Von dem bin ich tatsächlich nicht so der Fan. Aber ja, er wird sich schon was damit gedacht haben. So, das Shield Korb. Das sind die Mord Attack Guard und ein Boneshaper, Soul Reaper oder Soul Mason. Also einer von denen. Okay. Das heißt, das ist dann quasi noch ein 1 2 3 4 5er Drop. Ja, ein 5er Drop ist das. Und das macht einmal pro Zug kann er Schildwall einsetzen, ohne erbittliche Disziplinpunkte dafür auszugeben. Ja, das ist auch definitiv nichts schlechtes. Das kann durchaus auch eine Menge Ekel erregen. Also ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von den Listen. Das sind alles extrem schlimme hässliche Listen, gegen die man nicht unbedingt spielen muss. Hier wieder bei der Liste, was man definitiv beachten muss. Der Mortecrawler ist absolut ekelhaft, weil wenn er zuhaut, haut er richtig zu. Der Katakross ist immer gut. Also ich weiß nicht, wann ich jemals einen Katakross erlebt habe, der nicht seine Punkte wert war. Aber ich glaube tatsächlich muss man sich hier um diese beiden kleinen Helden als allererstes kümmern. Denn die beiden kleinen Helden haben natürlich die Fähigkeit, also der hier, der Soulmason, das ist der auf dem Thron, der kann dem Morte Crawler mehr Attacken geben und der Boneshaper holt einfach jede Runde Morte Guard wieder. Das macht zwar der Katakross aus, aber der hier hat nur 5 Leben und einen schlechten Save. Das heißt, den kriegt man wesentlich schneller weg. So, das soll es auch schon gewesen sein, weil das waren die Listen. Ich freue mich riesig auf Samstag. Wie gesagt, wenn noch Listen dazukommen, dann lade ich die definitiv auch mit hoch und ansonsten könnt ihr bei Fragen euch gerne bei uns melden. Wir beantworten die relativ schnell und bis dahin wünsche ich euch auf jeden